Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Format auf meinem kleinen Kanal im großen YouTube-Universum. Ich möchte in diesem Format gerne zum einen Kanal Vorstellungen betreiben von Kanälen, die ich selbst sehr toll finde, zum anderen aber auch Feedback für Leute, für Let's Player vor allen Dingen, die sich bei mir gemeldet haben und gerne ein Feedback von mir erhalten würden. Falls ihr zur letzteren Gruppe gehört, könnt ihr euch gerne im Forum, dem Let's Play Forum, anmelden für eine dieser Vorstellungen bzw. der Feedback eures Kanals. Ich werde den Link im unteren Kasten für euch bereithalten. Für diese erste Folge möchte ich euch aber zuallererst einen Kanal vorstellen, den ich selbst unglaublich schätze und zwar Geek & Sundry. Auf diesem Kanal, der von Felicia Day und Will Wheaton gegründet wurde, gibt es immer verschiedene neue Formate, manchmal auch einfach Sachen, die schon länger da sind, wozu im Übrigen Tabletop und Co-Optitude gehört. Dazu komme ich gleich. Wie gesagt, Felicia Day dürften vielleicht ein paar Leute kennen aus The Guild oder anderen Webprojekten. Sie hat zum Beispiel auch mal ein Dragon Age Projekt geschauspielert, nicht geschrieben, soweit ich weiß. Und Will Wheaton dürften, wenn schon nicht aus Star Trek, doch zumindest aus The Big Bang Theory einigen bekannt sein. Oder vielleicht auch von seinen Webauftritten, die er außerhalb dieses Kanals schon hatte. Und hier hat er eben sein Zugpferd des Kanals, das heißt Tabletop und das hat auch immer eigentlich die meisten Klicks von den Videos. Aber es gibt wie gesagt auch andere Programme, wie zum Beispiel zur Zeit Spooked und Decade Arms. Es gab aber auch schon verschiedene andere, wozu ich gleich komme. Möchte ich doch aber jetzt erst mal diese vier hier im Programm enthaltenen vorstellen. Zum einen ist das natürlich Tabletop, wie ich schon gesagt habe, das Zugpferd des Kanals, in dem Will Wheaton mit B und YouTube-Prominenz verschiedene Tabletop-Spiele, also Brettspiele spielt. Ist immer sehr interessant, dazu werde ich euch dann auch gleich noch mehr sagen. Zum anderen sind die Sachen von Felicia Day natürlich fester Bestandteil des Kanals. Zur Zeit ist das Co-Optitude, aber auch wenn sie eine neue Webserie dreht, wie The Guild oder Dragon Age, findet sich da auf diesem Kanal immer einen Link dazu. Zum anderen gibt es aber auch immer neue Sachen, zum Beispiel Arcade Arms von Nika Harper, die dem einen oder anderen vielleicht durch die League of Legends Videos bekannt ist, die sie immer macht, in der sie Fanprodukte, zum Beispiel Bilder von Champions oder Figuren von Champions oder auch andere Videos vorstellt. Zum anderen, dieses Spooked, gibt es immer eine Entertainment-Serie, die etwas wie Fernsehen anmutet, auch wenn sie ein deutlich kürzeres Format haben. Spooked ist dabei die aktuelle, sie vernimmt so ein bisschen die ganzen Mystery-Serien auf den Arm. Es gab aber auch schon andere, wie zum Beispiel Space Janitor und verschiedene anderen, die eben so eine kleine, nerdig angehauchte Version einer normalen Unterhaltungssendung ist, wie wir sie auch aus dem Fernsehen kennen. Und die sind auch immer mit besonderem Aufwand gedreht. Falls ihr euch das mal ansehen wollt, werdet ihr sicher bemerken, was ich meine. Aber jetzt möchte ich erst den Kanal noch ein bisschen genauer mit euch anschauen. Natürlich haben wir hier oben das Übliche, eine Empfehlung, die letzten Videos und das, was wir selbst letztlich angeguckt haben. Wie ihr hier sehen könnt, bin ich ein großer Fan der Tabletop-Serie, weshalb ich auch später noch etwas genauer dazu sagen möchte. Ansonsten haben sie natürlich andere Kanäle, die wir mögen. Natürlich den Kanal von Phyllisher Day, aber eben auch anderes, wie zum Beispiel Jesse Cox, der relativ wenig mit dem Kanal zu tun hat, oder direkt IGN. Der Nine, den wir hier sehen, der hat sogar seine eigene Serie auf dem Kanal, weshalb ich jetzt dazu nicht weiter eingehen möchte. Und dann schauen wir doch mal an, was sie hier so anpreisen. Auf jeden Fall wieder Empfehlungen. Kein Grund, das nicht zu machen. Und hier sehen wir auch zum Beispiel gleich, was Arcade Arms bereithält. The Maze of Moloch Bar, also der Streitkolben von Moloch Bar, wird hier nachgebaut und ein bisschen hinter die Kulitzen geguckt, wie denn so etwas aussehen kann. Diese, also zum Beispiel, falls ihr Live-Action-Rollenspieler seid, dann wisst ihr genau, was ich meine. Es wird eben eine Waffe aus mehr oder weniger, ja, aus einem Material hergestellt, das nicht wehtut, dass man auch so einfach mal irgendwo hinhängen kann. Ist, finde ich, eigentlich ganz interessant. Es ist noch eine relativ neue Serie, diese Arcade Arms, deswegen haben wir hier auch gleich den Trailer dazu. Aber gehen wir mal weiter. Hier haben wir noch eine tolle Serie, die heißt Unplugged von Ashley Burke. Und da geht es immer so ein bisschen hinter die Kulissen von bestimmten Sachen. Hier zum Beispiel die Packs, aber eben auch so ein bisschen was gestieht bei verschiedenen Kanälen. Wie wir hier sehen, haben sie sich iJustine ausgesucht, die ja auch schon relativ groß auf YouTube geworden ist. Und hier haben wir, wie gesagt, das Zugpferd des Kanals, Tabletop. In dieser Serie spielt eben Will Whedon immer verschiedene Brettspiele mit B- oder A-Promis und YouTube-Prominenz. So war zum Beispiel natürlich Day9, Flasher Day, Husky StarCraft und so jemand dabei. Aber zum Beispiel auch einer von den Mythbusters oder sogar die Produzenten von The Big Bang Theory. Könnte ein Deal gewesen sein. Er hat bei Big Bang Theory mitgespielt, dazu wüssten sie hier einmal rein. Aber wahrscheinlich war es eher ein Freundschaftsdienst, den sie ihm da erwiesen haben. Dann das nächste Zugpferd ist Co-Optitude. Da spielt Felicia Day mit ihrem Bruder Ryan verschiedene Spiele. Meistens ältere Sachen, wie zum Beispiel Battletoads, Secret of Mana und sowas. Das sind keine Let's Plays. Es ist sehr, sehr dicht zusammengeschnitten auf die witzigsten Szenen. Aber es ist auf jeden Fall ganz unterhaltsam. Dann haben wir hier die Serie von Day9, der, falls ihr es nicht wisst, StarCraft Commentaries macht. Und hier spielt er mit verschiedenen Leuten. Natürlich auch wieder Felicia Day. Ist wie gesagt auch eins der Zugpferde des Kanals. Magic. Aber eben auch anderen, wie zum Beispiel Michelle Boyd, eine sehr schnieke Frau. Jesse Cox und verschiedenen anderen. Es müssen natürlich Leute sein, die so ein bisschen nerdig drauf sind und sich tatsächlich dazu einlassen, überhaupt Magic zu spielen. Ihr habt sicher Freunde, die ihr schon dazu bringen wolltet und dann gesagt habt, Magic, das ist doch sowas wie Pokémon. Also jetzt seht ihr zumindest, in welche Richtung der Kanal geht. Ansonsten gibt es hier eine Serie über Comics, verschiedene Sachen, die Geek & Sundry gut findet, wie zum Beispiel Guild, was hier auch zu finden ist. Aber eben auch zum Beispiel K-Paar. Finde ich ganz interessant manchmal. Eben die erwähnten Space Janitors und Vaginal Fantasies. Und lasst euch von dem Namen nicht irgendwie einschrecken oder beeindrucken. Es geht darum, dass Frauen über Fantasy reden. Nichts, was sonst unter diesem Namen gedacht werden könnte. Ansonsten gibt es andere Kanäle, die werden natürlich auch promotet. Meistens sind das Vlog-Kanäle von den verschiedenen Mitwirkenden des Kanals. Und dann gehen wir doch direkt auf den zweiten Punkt, den ich euch zeigen will. Nämlich die gesamte Auswahl, was dieser Kanal anbietet. Zum einen sind das die Sachen, die wir auch schon von der Startseite kennen. Aber zum Beispiel auch tolle Sachen wie Gastrogeek. Da geht es ein bisschen um nerdiges Essen. Also sie gehen natürlich mit diesem Geek-Ausdruck und Nerd-Ausdruck etwas hausieren. Aber an sich werden diese zwei Gruppen auch durchaus Spaß an diesem Kanal haben. Ansonsten gibt es natürlich die Space-Janitors, verschiedene Vlogs. Musik-Videos werden hier auch manchmal gepostet. Relativ wenig. Wieder was von Phyllischer Day. Aber an sich alles eher in die Richtung Geek und Nerd-Ausdruck. Und dann möchte ich gerne euch diese eine Playlist nochmal zeigen. Um eben der Serie, weswegen ich diesen Kanal eigentlich abonniert habe, euch nochmal genauer zu zeigen. Hier sehen wir ein paar Namen. Ich spule einfach mal hier ein bisschen vor. Natürlich Phyllischer Day findet sich oft. Aber zum Beispiel auch jemand wie... Die meisten sagen mir jetzt doch nichts. Aber ich glaube, John Ray ist ein ganz Bekannter. Und wenn ich mich nicht irre, müssten wir hier auch den Namen von dem Producer von Big Bang Theory irgendwo finden. Aber bevor ich den jetzt ewig suche, lasse ich es mal dabei. Ich hoffe, ich konnte euch etwas Interessantes zeigen. Und vielleicht besucht ihr ja diesen Kanal und abonniert ihn. Weil sie haben nur nicht mal eine Million Subscriber. Und ich sage euch, der Kanal hat mehr als das verdient. Für heute aber bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Und hoffe euch das nächste Mal wiederzusehen, wenn ich einem ersten Let's Player ein Feedback gebe. Ich bedanke mich und sage auf Wiedersehen.